Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Online-Folge Rainbow Six etwas chaotisch gerade, weil beim lieben Marvin ist der PC abgestört, bzw. Blue Screen oder was auch immer. Deswegen diesmal nur 4 gegen 5, zumindest jetzt erstmal die erste Runde, die ich jetzt natürlich für Marvin holen werde. Ja, bei mir kann man gerade wunderschön loading schwarz nehmen. Also, Leute, ihr seht da, ne? Perfekt, alter, richtig geil. Also da ist so, ne? Und da... Oh, jetzt könnt ihr Rainbow Loading screen sehen. Ist ja auch was Besonderes. Wow, sorry. Bist du tot? Bist du tot? Nein, ich habe jemand anderen geteinkt mit meiner Smoke. Mit deiner Smoke? Ja, ich habe die in die Tür reingeworfen und sie ging quasi durch die Tür durch. Bitte. Oh, alter, ey. Where? Reconnecting. Oh, ich bin der letzte jetzt. Ja, ich weiß, ich sehe es. Hey, guys. Hey, guys. Sorry, I'm sorry. Oh, Gott. Ich muss einmal über die halbe Welt laufen. Ja, muss sein, haben sie geplantet. War der Glas down? Nee. Wie? Scheiße, sorry. Ich war so gehyped auf diese Runde. War so fucking gehyped auf diese Runde, Alter. Warum macht man hier auf dem Spot eine Rotation rein? Warum macht man hier auf dem Spot eine Rotation rein? Das versteht. Ja, das weiß ich nicht. Kannst ja reinforce. Aber will ich da reinforce? Warum kann man da nicht mehr durchschießen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay, die haben sich gejoned. Die Strecke sind in der Nähe. Das ist ein Geist. Geist! Wo ist er? Pass, pass, bitte. Ah, Jekyll, Jekyll, Jekyll vorne, Reception. Jekyll, Reception. Stairs, 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 und behind you. Stairs, kommt der. Hinten bei Clips & Stairs, ist Finger. Einer ist Aquarium. Einer ist Aquarium und einer ist Stairs. Reiß, einer ist Aquarium. Justus Aquarium, der ist jetzt auf A drin. Auf B ist nichts. Danke. Hold. Was? Keine Ahnung. Ich hab noch 20 Minuten angeguckt, Alter. All friendly have been neutralized. Ah, der Felix. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab eins in diese Dings raus. Oder nicht. Nee, dann nicht A's, aber auf jeden Fall zwei blaue auf jeden Fall. Das kann sein, aber dieses Jahr glaube ich nicht, oder? Weiß nicht, ob das dieses Jahr war. Keine Ahnung. Ja. Dieses Jahr hat unser Glaube gesagt, dass jedes Mal nur einer gedreht wird, ab sofort. Oh Gott. Egal, wir gewinnen das jetzt noch. Die Gegner sind scheiße. Natürlich sind sie scheiße. Gut, unser Team auch scheiße. Ich bin jetzt keine Kev. Die werden hier oben bei mir reinkommen. Ja, er bei mir. Ja. Wir haben Meilen. Solange die keine Amaru haben, ist alles perfekt. Ja. Sehr schön. Nein, du bist drin. Chance weg, gut geht. Und in Main. Da war's Main. Ja. Window hab ich von oben, ne? Kitchen window. Nice. Von Morse und Sundance. Oh nein. Nein, doch nicht. Einer nach meinem Lobby. Warte, okay. Um. Gut zu. Aber wo? Ah, okay. Fuse, Pendos, Pendos. Ja, wie ist der da reingekommen? Wahrscheinlich durchs Fenster. Geht nur Fenster. Nice. Very good job. Uh, ich trinke jetzt etwas von einer Marke, die ich besser nicht zeige. Ist ein süßes Getränk und die Marke klappt mit mir. Die Marke hört mit E auf. Äh, ne. Das Getränk hört mit E auf. Marke? Nicht die Marke. Die Marke endet auf A. Getränk hört mit E auf. Marke mit A Getränk mit E. Äh, ja. 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 Hat auch mehrere Sorten diese Marke von Getränken. Das Hauptgetränk ist rot. Ja, Coca Cola. Richtig. Und was trinke ich, was mit E endet? Spalt. Richtig. Ich bin Treckle Jackal. Treckle Jackal? Ich bin Treckle Jackal. Aber wo sindn dich? Treckle Jackal und Fusemusi. Aber man muss es. Nicht nicht das Fenster kaputt machen. Ja, ne, schle. Nur klämmen. Damit du dein Rohr das Fenster kaputt machen kannst. Ich hab ein Schild und ein Auge kaputt gemacht. Ich hab... Ich hab... Ich hab... morgene dusche alles gut hauptsache tot maestro ist hinterm schrank wenn du unten reingehst und dann hart rechts und rein hart rechts ja maestro schrank hinterm schrank wie gesagt schrank weiß wo der schrank ja ja ich stehe 8 2 meine damen und herren ja ballern ist verboten mich würde mal interessieren also gut was heißt mich würde interessieren ich gehe mal stark davon aus dass trotzdem geböllert wird natürlich finde ich unnötig aber ja vor allem erstens verletzt hat sich gefühlt dabei beziehungsweise fühlt sich dabei nur selber weil die haben nur zu dumm sind böller zu zünden umweltverschmutzend und überlastung der krankenhäuser noch dieses mal richtig hast du gehört ja und und wird auch willkommen Hinten durch! Oh, der Finkaboost, thank you, thank you Oh, nice angle, schade Glaubt ihr das wirklich? Be idégemacht! Schön. avaitra. Ääaahhh, Vladmirosa. Woah, Woah, gewe임, gewele, gewele. WTM? Sie hat ihn sogar uluge. Sie hat ihn uluge, hat ihn gut gemacht und ist auf... Aua So, der Rest spielt so größtenteils Elder Scrolls Skyrim Ok Also so sind wir die einzigen, ja Rainbow ist nicht mehr so Ja, ich merk schon Das Spiel, womit wir alle angefangen haben Die Frage ist, ist es schlimm, dass es aufhört, so wie es aktuell ist? Bitte? Es ist schlimm, dass es aufhört, so wie es aktuell ist Eigentlich schon Mit den Randoms Oh mein Gott I'm sorry, I'm sorry Ich dachte, ich hätte den Gegner gesehen, Alter Ich geh mal über Aqua Jo Ach, da ist die Twitch schon, ne? Nee, Twitch ist... Afka, cool Oder sie ist in der Drohne Drohne Schön Aroni, Aroni, hallway Nice Schlecht geschossen Irgendwo von da kam, glaub ich, wusste Hab ich? Plente Oh Felix, Alter, warum restest du da vor, dass du gesagt, du plantest? Sorry Ja, ich wollte auch reinklernen, aber ich dachte, er wäre hier Klaus gewesen Ey, ich hab den Hut doch gesehen Ja, sag doch, dass du den Enkel hast Sprich doch mit mir Ey, du hast doch gesagt, ich plante Du hast doch gesehen, dass ich hinter dir war Nein, das hab ich nicht Also, ja, dass du da warst, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass du da den Enkel hältst Das seh ich doch nicht Ach Felix, ich hab mir keine Augen Ach Felix Ich gucke, wo Valkyrie Auto hinwirft Okay, da hoch Ich hab einfach gehofft, dass du mit nach vorne läufst Ich hab einfach gehofft, dass du mit nach vorne läufst Nehmen wir die Klaus Äh, Frost Trap unter dem Fenster A ist Hier Rook rotatet Ja, über, ne, hinter der Ticker Okay Genau da Ähm, wie genau hat er mich bekommen? Aruni behind Aruni in kitchen And rotating Rook is on B behind one Okay, cool, also einfach geprefired auf gut Glück Cool Rook is on B Aruni on B Finger is tot Bitch is tot Alle sind tot Der ist tot Rook is tot Der ist tot Aruni lastig Aruni lastig Nevermind, nevermind Garte pürsch, Antwort Ja, die Amaro kommt auf jeden Fall nicht rein Heheh Dein Ding Cover, Cover Cover Good job Nice guys, nice guys Weil Rainbow Server sind natürlich Bashed Server Ich hab nur 3 Kills, ich bin so bad dieses Game, ne? Digga, ich hab nur 10 Kills, ich bin so gut dieses Game Ja, Felix, das ist true, Alter, du bist ein fucking Biest Alter, wenn man den Getränk nach dir benennen müsste, dann wäre das die Biestonade Ach jetzt Mach mal hier noch ein Reinforce mit Herrn, da Go, ich muss Bond bieten gehen Ja, ich versuch's Wenn die Alibi mich durchlassen würde So Guck mal, wurde doch alles schön weggerinforced Mach mal noch die Hedge hierzu Kommt noch keine Amaro hier rein Oh Marvin, du machst das Kommt noch leider keiner Wie du so langsam nach hinten rufst Oh oh Schild Trophy Irgendein Schild Fuse Main window Geh weg, ich hab window Guck hinter uns Guck hinter uns Guck hinter uns, ja Da hat jemand Aufmerksamkeitsprobleme Hä, woher kommen die denn? Sind die schon gedroppt? Ja, Hedge Ich hab keinen gehört Aber kann sein, dass Aber kann sein, dass Ich auch einfach nicht mitbekommen hab Guck hinter uns Einer repellt am window Ja, VIP pushen sie jetzt glaube ich Versuch mal VIP hin Darum zu retainen Am window Äh, Trophy Trophy, VIP, Ingbruder Hinter mir Marriere den 90 Hast du den auf dem Flur? Ne Kapital Pool Down hallway Down hallway 90 Guck nicht 90 Hier dahinten Äh, zwei Onsport auf B Zwei auf B Two on B Einer window Einer beim Badesamer davor Aua Aua Oh Marvin Oh Marvin One on four remaining Nicht pieken Nicht pieken Heute haben wir den Angle Alles genau Wird hier schon wieder greedy werden Ne? Ja, ist oben Aua So, das war mein letztes Einwinkungskillen Geist Elf, Zwei, Fünf, Alter Ja, siehst du das Holz da auch? Ja Hält schon rein, ich will die aufmachen Felix, Alter Du bist Brutal Du hast meinen tiefsten Respekt, Monsieur Danke dir, der Schmucke Geiler Typ, Alter Geiler Typ So Einrenkung Gib ihm Und zwar Please wait synchronization data Geil So, erstmal gucken, ob wir den Alpha Pack bekommen 55,2% Natürlich Nein, natürlich nicht Und Einrenkung ist auf Oh, Bronx 2 Ja Ja, das ist es halt, wenn man Kaum Einrenkungsgames gewinnt Freunde, nichtsdestotrotz Felix macht jetzt die Abbot Ich mach die Abbot War eine schöne Runde mit EBC MVP Wir sehen uns bei der nächsten Runde Rainbow oder DBD Kommt drauf an Bis dahin Ciao Sao Joää Tschüss.